Glimmzüge, weiter Obergriff. Der häufigste Fehler bei den Glimmzügen, den exzentrischen Bewegungsablauf, das nachlassende nach unten, viel zu unkontrolliert und viel zu schnell. Dazu auch sehr oft mit Umkehrschwung. Wichtig immer vollständige gesamte Bewegungsabläufe über das gesamte Range of Motion. Nach unten kurz anhalten, nach oben bis zur Kinnhöhe und gleichmäßig nach oben ausatmen.